Schneller, kraftvoller, spektakulärer. Wenn andere erst Druck aufbauen, sind wir bereits auf Drehzahl Maximum. Hohe Effizienz, enorme Kraft, extra stark mit der Power von zwei Schlagwerken – der baut richtig Druck auf, auch auf den Wettbewerb. Wie entwickelt man den schnellsten Schlagschrauber der Welt? Mit Know-how, Innovationsgeist, Leidenschaft und Teamwork. Unsere Mission – die besten Werkzeuge für Mechaniker. Unser Ziel – ein Qualitätsniveau, das Maßstäbe setzt. Von der ersten Idee, der Entwicklung, bis zur finalen Kontrolle. Wir geben alles, was nötig ist. Innovative Technik, hochqualitative Materialien und Leidenschaft bei der Entwicklung sind unsere Zutaten für den Rocket. Die Verarbeitung mit dem Know-how aus drei Jahrzehnten Werkzeugbau verbindet Technologie und Ergonomie zu einem echten Meisterwerk. Damit die volle Power von satten 2300 Newtonmeter ohne Verlust dort ankommt, wo sie benötigt wird, steckt in jedem Rocket ein Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk mit B-Turbo-Technologie. Wir spendieren dem Rocket acht statt sechs Lamellen. Das bedeutet 25 Prozent höhere Schlagleistung mit mehr als 1525 Schlägen je Minute. Wenn andere noch im Drehzahlkeller arbeiten, ist der Rocket auf voller Höhe. Die volle Power in nur 15 Sekunden. Eben von Profis für Profis. Und mit einer durchdachten Abluftführung weg vom Körper. Mit dem Rocket ist man schneller an der Schraube. Leistung ohne Ende. Eine echte Rakete unter den Schlagschraubern. Eine extrem dynamische Leistungsentfaltung sorgt für schnellere Arbeitsvorgänge und effizientere Prozesse. Weniger Luft sorgt für nachhaltige Kostenreduktion. Wir haben den Rocket für den täglichen Einsatz im harten Werkstattalltag konzipiert. Und ihn so gebaut, dass man sich immer auf ihn verlassen kann. Wegweisend, innovativ, präzise. Die doppelte Power im handlichen Format. Mit 1,6 Kilogramm ist er ein Leichtgewicht unter den leistungsstarken Schraubern. Unser Rocket. Eben der leistungsstärkste seiner Klasse. Vielen Dank.